Radio Brocken hat mich eingeladen auf eine große Hafenrundfahrt. Ach so eine Hafenrundfahrt, meint ihr? Hallo, ich bin Marc Angerschein von Radio Brocken und da kennen mich die meisten ja als Spaßvogel. Aber heute gibt es ein wirklich ernstes Thema. Es geht um Darmkrebsvorsorge. Nur jeder fünfte Mann in Deutschland macht das. Ich finde, das ist zu wenig. Radio Brocken findet das auch. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Lieber Herr Doktor, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich. Die sogenannte große Hafenrundfahrt steht mir bevor. Da habe ich jetzt im Grunde noch gar keine Vorstellung, was Sie da machen. Gehen wir eben in den Dickdamm rein und dann gucken wir uns den gesamten Dickdamm an. Gucken, ob da irgendwo Entzündungen sind, ob da irgendwelche Veränderungen sind. Und gucken eben dann nach solchen möglichen Polypen. Ich denke gerade an nichts so richtig. Also ich sitze hier und warte. Ich glaube, es gibt ja immer so eine gewisse Grundspannung in Krankenhäusern. Aber ich mache mich da sowieso nicht verrückt. Hunger. Ich habe nur Hunger. Aber das Frühstück Sonntagmorgen ist das Letzte, was Sie essen dürfen. Das ist nicht schlimm. Ich sende neun Stunden den Radio von Gute Londres und dachte, da habe ich nie den Mund voll. Okay. Aber heute Morgen, als ich dann ein großes Glas Apfelsaft getrunken habe, das hat mir gut getan. Ja, dann kann es glaube ich auch gleich losgehen. Der Raum ist sicherlich schon in der Vorbereitung. In die Kabine. Dort ist eine Toilette, wenn Sie noch mal... Ja, ich glaube jetzt nicht mehr. Ich war aber schon die ganze Zeit ständig und... Die Hose, die hat einen Schlitz und zwar muss der natürlich hinten sein. Das habe ich mir schon gedacht. So, und schon hinlegen auch? Ja. Ja, dann mache ich das. Ja, die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz und der Blutdruck, wenn er gemessen ist. Sehr gut. Dann sieht mein Team auch, dass ich wirklich entspannt bin. Und dann können wir jetzt, wenn Sie soweit sind, gerne stoppen. Ja? Ich habe ja vor einer Woche bei dem Vorgespräch diese Packung mitbekommen mit dieser Abführflüssigkeit. Und wenn du es anrührst, dann ist es eigentlich so undefinierbar, ich weiß es nicht, so süß-salzig. Mit irgendeiner Fruchtnote drin. Es geht dann aber. Es geht dann. Du trinkst es dann schlückchenweise. Aber es ging dann sofort los. Du hattest das Gefühl, oh, eile, eile, eile schnell auf die Kloschüssel. Und so war es dann auch. Und ich habe mich dann da auch häuslich eingerichtet. Also es war dann so, dass ich dann da auch verblieben bin, nahezu ununterbrochen tatsächlich am Wasser lassen. Das ist dann auch wirklich nur noch Wasser. Gelbes Wasser. Gut, dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich einmal auf die linke Seite legen, ganz bequem, wie zum Mittagsschläbchen. Das geht recht schnell mit dem Einschlafen, ja? Also das kribbelt mal kurz im Kopf und dann sind Sie recht schnell eingeschlafen. Ich denke gerade an Urlaub. Ich war Zauchen in der Dominikanischen Republik. Wann geht es das nächste Mal hin? Planmäßig in meinem Jahresurlaub im Januar. Die Silvester-Sendung muss ich schon noch machen. Und dann verabschiede ich mich in die vierwöchige Radiobrocken. Gute Laune, Sonntag, Winterpausen eigentlich. Ja, ich bin beinahe so ein bisschen. Alle Mann auf, acht an Deck! Und ans Radio. Also man versucht, alle möglichen Tricks und Kniffe anzuwenden, um möglichst wirklich alles zu sehen. Die wichtigste Voraussetzung, die der Patient mitbringen muss, ist, dass der Darm schön sauber gespült ist. Und den Rest müssen wir mit unserer Technik quasi wieder leisten. Und das erste Ziel der Untersuchung ist, dass man den obersten Punkt quasi des Dickdarms erreicht. Also dass man vorsichtig unter permanenter Sicht und permanenter Gasinsufflation quasi erstmal den Darm nach oben spiegelt. Das ist nicht ganz so einfach, weil der Dickdarm so ein paar Kurven hat, die man also hier überwinden muss. Aber Annersteins Darm ist schön tonisiert und wir sind jetzt schon ganz oben. Wir nehmen uns jetzt also mindestens sechs bis neun Minuten Zeit, im Rückzug den gesamten Darm einmal zu untersuchen. Das war ja auch wirklich nichts übersehen. So, und hier haben wir gleich einen kleinen Befund. Hier oben bei 11 Uhr im Bild ist eine kleine Polypenknospe. Die würde ich schätzen so auf zwei bis drei Millimeter Größe, sodass wir die mit einer Zange abtragen können. Das sind genau die Befunde, um die es geht. Ja, wir wissen nicht, was in fünf bis zehn Jahren auch so ein Befund wird. Ob das dann nicht vielleicht doch Krebs wird. Und jetzt darf sich Annerstein erholen und ausschlafen. Also er wird dort keine Schmerzen haben. Wir haben ja in der Koloskopie, sag ich mal, wirklich die Möglichkeit, aktiv eine Krebsentstehung zu vermeiden. Aber es ist einfach nur wichtig, dass man das machen lässt. Und auch nach unserem Geschmack nehmen viel zu wenige Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung diese Vorsorgemaßnahme wahr. Und man kann da so viel Leid verhindern, also es lohnt sich. Geht es gut? Ja. Keine Beschwerden, ja? Nö. Sie schlafen sich jetzt noch in Ruhe aus und dann reden wir nochmal über das AG-Pass, ja? Oh ja. Mir geht es so, als hätte ich jetzt gerade einen Mittagsschlaf gemacht. Ich mache nie Mittagsschlaf. Aber so stelle ich mir vor, fühlt es sich an, du hast mich zu meinem Urlaub befragt. Und ich habe dir noch von zwei Meeren erzählt. Und das war's. Mehr weiß ich nicht. Ich würde vor allen Dingen gern mal was essen. Ich hätte jetzt richtig Bock auf so eine Bockforst oben aus dem Bistro. Untersuchung hat sich gelohnt. Eine kleine Polypenknospe, die wir entfernt haben und nichts Schlimmes gefunden. Und ich fühlte mich von der ersten bis zur letzten Minute, Auffachraum, ab da weiß ich erst wieder eickig, wieder alles, fühlte ich mich gut aufgehoben. Das wollte ich nochmal zum Ausdruck bringen. Vielen Dank dafür. Ganz ehrlich, es war glaube ich die richtige Entscheidung, es auch öffentlich zu machen. Weil wenn es uns nur gelingt, dass einer eine Voruntersuchung macht, die er sonst nicht gemacht hätte, dann hat sich doch der ganze Aufwand auch mit dem Sender mit Radio Brocken schon gelohnt. ииien Glocken